Hallo und herzlich willkommen zum vierten Pakt von Creepfight. Tja, letztes Mal haben wir endlich mal Essen bekommen und haben Full Life gekriegt. Und jetzt wollten wir ja diesem Lavageräusch folgen. Genau, ich erinnere mich. Dann neben mir mal, bevor wir losgehen, erstmal das Fleisch hier grillen. Pilzsuppen haben wir zum Glück relativ genug, können wir ja immer noch nachmachen. Gefällt mir, dass wir so viel Zeug haben. So. Oh, Pornholz, bevor wir losgehen. Das ist natürlich wieder keine Ahnung auf dem Server. Kein Wunder, wenn es so früh ist. Ne, ich schau jetzt ist der Server den ganzen Tag offen. Da wir uns noch vorbereiten müssen. Genau. So. Ich denke mal das reicht. Dann machen wir uns ein paar Spitzhacken. Drei Stück. So. So. Gut, dann nehmen wir das nochmal jetzt hier. Ach, gut. So. Und gucken wir nochmal nach dem Lava. Gewunden. Okay, gucken wir mal was da unten ist. Noch einer aus der großen Lava Flusssee aus. Ja, die Frage ist ja, ob da noch was ist. Sieht auch nicht so aus. Hm. Ne, ist nix. Schade. Tja, dann gehen wir mal weiter und suchen erstmal keine Viecher auf, sondern... Was war das? Brunen oder was? Ach egal. Ja. Wahrscheinlich. Ähm. Wir gehen einfach mal runter und hoffen, dass wir auf eine Hülle treffen. Natürlich zwei, damit wir jetzt irgendwo runterfallen und sterben. Das ist immer ein guter Plan. Und da besteht auch die Chance höher, dass wir irgendwas Alzenerz oder sowas treffen. Oh. Sag ich doch. Bisschen Kohle. Kann man immer gebrauchen. Im Moment relativ viel Alzenerholt. Hinten dann. Irgendwo. Irgendwann. So. Und weiter geht's. Wir müssen ja jetzt alles abfahren. Aus der Skikohle. Ach ja. 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 Egal. Ich hoffe wir kommen jetzt endlich mal auf eine Höhle. Oh. Achso. Oder auf Eisenerz. Oh. Was ist das? Das sieht nach einer Höhle aus. Wenn ihr mich fragt. Äh. Ja. Eine Höhle. Cool. Äh. Ja. Eine Höhle. Ah. Da ist weiter. Ok. Sauber. Das ist natürlich sehr nice. Hallo? Ah! Geh weg. Ist das so viel. Ah. Ja. Darf es mal ein bisschen ausleuchten. Nice. Eisen. Schau her damit. Und gleich mal hier schmelzen lassen. Da können wir ja sogar vielleicht sogar ein Eisen Stück Werkzeug. Äh. Ja. Logisch. Ich mein. Weiß nicht was mich zuerst bauen. Entweder ein Eisenschwert und eine Eisenspitzhacke. Oder ein Eisenschwert. Mit einem Rüstungsteil. Aber das sieht nach Schwert und Eisenspitzhacke aus. Äh. Kohle. Und das Eisen. Dahint ist noch mehr Eisen. Ich geh mal hin. Ich hoffe das jetzt keine Viecher kommen. So wie letztens. Äh. Vorletzens. Vorletzens. Mich töten. So. Ja. Daraus kann ich mir was machen. Nicht mehr. Schade. Gut. Geh ich mal zurück. Ja komm. Ui. Yay. Drei Eisen schon. Oh. Ich steh mir die Workbenchern nochmal mit. Da ich kneten endlich. Holz hab. Ähm. Schick. So wenn wir Diamanten finden sollten. Haben wir noch so eine Eisenschutzhacke. Gut. Das gibt ein Eisenschwert. So. 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 Weck werfen. weg. Weg. Aus dem Rest machen wir. Eine Brustplatte. Geht das. Six, dieben, acht. Acht. Eine geht. Perfekt. Nice. Kann mir dazu kommen. Äh. Nix. Von hinten kommt man nicht. Guck ich mal schnell was hier is. Nix. Ja. Sack. Okay. Jade. Fällt es richtig dass wir so viel UCS haben. da können wir wenigstens mal schon meinen gehen und rüstungen haben ja auch gleich auch schwer hat kommen oder schwirmen und tschüss das heißen dankeschwör dass es mir gezeigt hast es gibt ein paar schuhe haben ja schon mal eine preis und postplatte und ein paar schuhe schuss ja 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 das sieht doch schön aus ja gut sind wir schon mal relativ ausgerüstet so ein diskurs und mehr im bogen wir haben pfeile denke ich mal wir haben keine pfeile echt jetzt aber dafür eisenschuhe ja wir haben neue nikes so nehmen wir die sachen mit und gehen da oben weiter mit einem schönen eisenschwert und zwei eisenfrüsteren und schön lava oh ja auch mehr eisen da hinten ist noch mehr eisen das gefällt mir sehr ich habe keine fackel mehr jetzt aber ich habe platzprobleme nicht damit hier ist das licht, das licht, das licht, das licht, das licht, das licht, cool noch mehr eisen Nice, das gibt vielleicht sogar eine Hose, da haben wir Full Eisen Rüstung, das ist natürlich super. Gibt das noch Hose? Nein, doch, doch eins fehlt. Und das, uuh, ah, ein Skelett mit goldener Rüstung. Scheiß drauf, komm, tipp noch, oh, loo, fail. Oh, shit, oh, shit, ah, ha, ha, steh, ja, und du auch, oh, shit, au, wieso macht die trotzdem so viele Schaden, trotzdem, oh, scheiße, wo kommt die jetzt alle her, richtige Zombie-Invasion hier, oh, man, das ist unser Helm, oh, man, das ist unser Helm, oh, man, das ist unser Helm, der Helm sieht cool aus, finde ich, guck mal hier, ja, ich finde richtig episch die Texture-Pack auf die Rüstung. Die Zeit, hole ich mir noch ein bisschen Holz, natürlich, da ich nicht so viel habe, und gleich kann ich auch ein bisschen Crap wegwerfen, wie zum Beispiel die Knochen vom Skelett, habe ich denke ich mal aufgehoben, ne, den Fall behalte ich, Wolle, Leder, ne, Federn, oh, guck mal hier, das ist alles weg, Pflasterstein, ein einzelnes, ja, gut, ein bisschen Crap weggeworfen. Und das ist unser Hose, wie das, au, oder auch nicht, fail, stimmt, hier brauche ich schon noch ein Eisen, wo ist denn das, äh, wo war das, das ist ein Eisen, oh shit, geh weg, du blöder, weißer Holz-Creeper, der sieht ja richtig viel aus. Danke. Mann, ich höre immer, die Schafe wieder. Boah. Da hinten ist ein Skelett, der mich gesehen hat. Oh, dann geh ich mal weg davon. Oh Mann. Wieso sind hier auf einmal so viele Viecher, gerade eben war doch gar nichts hier. Wieso finde ich kein Eisen, ich finde da nur ein Eisen, wieso ist da ein Skelett, äh, so ein Faden von einer Spinner, komisch. Tja, hier fehlt nur noch ein Eisen. Boah, wo, ah, das Skelett auch nicht verfolgt hat. Sieht cool aus. So wie Hopping the Hood to like. Tja, was mach ich jetzt, hä? Da war doch noch Eisen irgendwo, wo war das? Hm. Mann. Hier? Vielleicht? Äh, eher nicht. Doch da war Eisen. Scheiße. Das ist mein Eisen. So, ein Eisen. Reicht erstmal. Weg hier. Und was essen. Och Gott. Geht doch weg alle. Nice. Du bist jetzt sterben. Danke. Lol. Falsch hat gestorben. Geil. Komm schon. Yeah. Meine Eisenhose. Nice. Yeah. 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 Gut, sind wir relativ ausgerüstet gut. Yeah. 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 Haha. Gut. Gehen wir mal weiter, 4 Diamanten, du hässlicher Creeper, gehst mal gleich weg, oh gut, ich hab mich tötet. Wow, ich dachte schon nicht, ich hab was gehört, geh weg. Ach gut, dass ich mit dem Eisenschwerty relativ schnell wegkrieg. Ich hol noch mehr Eisen, weil Baum einfach, ne, verstehst du? Ja, wenn was kaputt geht, oder für mehr Eisenspitzsacken. Und weil hier gerade zu viel ist. Und dass die anderen das dann kriegen, genau. Alter, ich sterbe jetzt. Das ist natürlich blöd. Ne, verstehst du, ne? Ne? Ne. Jetzt noch mehr Eis und danach geh ich schon mal weiter runter. Für Diamanten. So. Ja, ich brauch hier kein Eis mehr. Aber ein paar Fackeln könnte ich auch stellen. Ich find's richtig mies, dass die Creeper so Tarnfarmen haben. Ist richtig gemein. Hallo Eisen. Nehme ich das hier nochmal mit? Oh, hier ist eine Sackgasse. Schade. Müssen wir einen anderen Höhlen-Eingang suchen. Ching ching. 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 Nice Leute, heute haben wir viel geschafft. Schön viel Eisenzeug. Natürlich auch eine fette Eisenspitzsackle. Ja, ja. Und hier noch mehr Eisen. Lustig, wie man Eisen mit Eisen abhauen kann. So, sind wir wieder hier oben. Tja, Leute. Würde ich mal sagen. Nach dem Skelett. Oh. Wow. Nur ein halbes Schwert. Ah, süß. Wie wenig Schade gemacht. Gefällt mir. Ja, Leute. Dann würde ich sagen. Das war's von... Genau, das war der Ton. Das war's vom dritten, äh sorry, vierten Part von Creepfight. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Ciao.